Graf Nikolai Monpizat, der älteste Enkel der dänischen Königin Margrethe II, hat in einem Interview mit Neuenhani seine Gedanken über die jüngste Entscheidung seiner Großmutter geäußert, die Titel ihrer Enkelkinder zu ändern. Obwohl der Schritt einige Kontroversen und Neugier hervorgerufen hat, betont Nikolai, dass er dieselbe Person bleibt und sieht die Änderung als eine Formalität und eine Neuausrichtung der Abstammung. Die Entscheidung von Königin Margrethe, die Titel der Kinder ihres Sohnes, Prinz Joachim, zu ändern, wurde im September letzten Jahres bekannt gegeben. Dies bedeutete, dass die Titel von Nikolai und seinen jüngeren Geschwistern Anfang 2023 erlöschen würden. Der 24-jährige Graf Nikolai räumte ein, dass die Situation schwer zu beschreiben sei, betonte aber, dass er letztlich derselbe Mensch bleibe. Der junge Graf ist nicht beleidigt über die Entscheidung seiner Großmutter und zieht es vor, sich nicht in die Situation einzumischen. Obwohl er zugibt, dass er sich immer noch an die Veränderung gewöhnt und dass sie seltsam ist, betont Nikolai, dass er sich durch seinen früheren Titel nie eingeschränkt gefühlt hat. Vielmehr sieht er den Wechsel als Chance, in Zukunft freier zu sein. Trotz dieser unerwarteten Entscheidung kriegt Graf Nikolai eine enge Beziehung zu seiner Großmutter väterlicherseits, Königin Margrethe. Er stellte fest, dass sie ein gutes Verhältnis haben und dass sie ihm kürzlich sogar zum Geburtstag gratuliert hat. Am 28. August feierte Nikolai seinen 24. Geburtstag in Australien, wo er für ein Semester an der University of Technology Sydney studiert. Das dänische Königshaus teilte ein Foto auf Instagram, um an seinen Geburtstag zu erinnern und seinen derzeitigen Aufenthaltsort in Australien hervorzuheben. In ihren Worten haben Königin Margrethe und das Königshaus zum Ausdruck gebracht, dass die Entscheidung, die Titel ihrer Enkelkinder zu ändern, ein Weg ist, ihnen eine größere Freiheit zu geben, ihr Leben jenseits der besonderen Überlegungen und Verantwortlichkeiten zu gestalten, die mit der formalen Mitgliedschaft im dänischen Haus verbunden sind. Obwohl diese Änderung für einige Aufregung gesorgt hat, scheint Nikolai Monpezat die Situation gelassen zu nehmen und seiner Zukunft mit Optimismus entgegenzusehen. Application Ein Im 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 Vielen Dank.